Schön, dass wir uns wieder eingeschaut haben zu einer neuen Folge hier in Minecraft und heute geht es los an das Häuschen von Olivia von Ogi und den Kakerlaken. Das heißt, Blöcke in die Hand oder auf geht her. Zuallererst, ihr kennt es, an die Kiste ran. Für den Start holen wir uns erstmal ein bisschen weiße Keramik raus, denn glatte Steinstufen, denn Purpurstufen, denn ein bisschen rosanen Beton. Dann holen wir uns auch mal ein paar glatte Quarztreppen und Stufen raus und dann noch ein paar Eichenstämme, am besten die ohne Rinde. Und dann wollen wir uns erstmal den Grundress ziehen von unseren Häuschen. Es geht erstmal wieder los mit unserer weißen Keramik. Wir fliegen irgendwo hin, setzen uns einen Block hin, gehen zwei Blöcke nach vorne, dass wir erstmal so eine gerade Reihe von drei haben. Dann wollen wir uns erstmal erstmal eine schöne lange Reihe ziehen. Da setzen wir ja jetzt, würde ich mal sagen, hier einfach mal vorne ran noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Blöcke ran. Dann insgesamt haben wir zwölf auf der Vorderseite. Hier auf der anderen Seite gehen wir dann wieder zwei nach hinten, sodass wir dann den Seiten hier drei jeweils haben. Dann gehen wir nochmal zur Seite weg. Da setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke hin. Insgesamt haben wir sieben Blöcke hier. Dann wollen wir das auch nochmal zur, oder einfach nach hinten ziehen. Da setzen wir auch nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke ran. Insgesamt haben wir auch wieder sieben. Und dann müssen wir nicht zählen, aber wir können gerne zählen. Auf jeden Fall setzen wir hier nochmal sechs Blöcke ran, sodass wir hier genau hier vorne wieder auf der Kante anstoßen. Dann gehen wir nochmal zwei Blöcke nach hinten weg. Brauchen eigentlich jetzt auch wieder nichts zählen. Wir gucken einfach auf der Vorderseite, bis wir, sag ich mal, hier ankommen. Und dann können wir hier auch wieder zwei Blöcke einfach mal nach vorne weggehen, dass es halt immer synchron auf beiden Seiten ist. Jetzt gehen wir nochmal einmal zur Seite weg. Da setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Blöcke ran. Insgesamt haben wir ja zehn. Dann wollen wir noch einmal nach vorne gehen. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nichts zählen. Wir gucken einfach, wo wir, sag ich mal, da anfangen. Weiter ziehen wir das nicht. Dann setzen wir noch, sag ich mal, auf der inneren Seite noch eine ran. Fliegen jetzt hier auf die andere Seite. Und dann würde ich mal sagen, setzen wir noch zwei zur Seite weg. Und die Mitte lassen wir erstmal auf. So, jetzt wollen wir uns natürlich das Ganze auch ein bisschen hochziehen. Wir haben wieder drei Komplexe. Garage, natürlich unser große oder unser Haupthaus hier, unser Mittelteil. Und natürlich noch hier die Seite. Wer weiß, was da ist. Vielleicht Küche oder sowas. Wo wir uns das hochziehen wollen. Die Mitte ziehen wir an sich auf eine Höhe von insgesamt sechs Blöcke hoch. Und die Seiten jeweils auf fünf Blöcke. So, wenn wir unsere Haushälften dann alle hier hochgezogen haben. Wie gesagt, die Mitte auf insgesamt sechs Blöcke. Können wir hier nochmal gucken. Schöne sechs Blöcke ziehen wir das hoch. Und die Seitenteile jeweils immer auf fünf Blöcke. Zum Beispiel hier bei der Garage können wir auch gleich oben die letzte Ebene miteinander verbinden. So wie auch, jetzt sag ich mal, hier in der Mitte des Hauses. Könnt ihr oben die Seiten auch miteinander einfach mal verbinden. Das machen wir auf beiden Seiten. So, jetzt wollen wir uns schon die Seitenteile ein bisschen höher ziehen für unser Hauptdach. Ja, da fangen wir auch erstmal in der Mitte an. Wir fliegen an den Seiten hin, lassen vorne jeweils einen Block frei. Ziehen uns hier die erste Ebene rauf. Und jetzt lassen wir an den Seiten zwei Blöcke frei. Das machen wir insgesamt zweimal. Und sollten dann oben perfekt mit einem Block oben ankommen. Das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Wir machen es nochmal fix zusammen. An den Seiten erstmal eine Blockreihe freilassen. Zwei Blöcke an den Seiten freilassen. Und danach können wir schon gleich oben in der Mitte einen Block hinsetzen. So, jetzt fliegen wir nochmal auf unsere Garage hin. Da wollen wir uns das auch nochmal machen. Wir lassen an den Seiten erstmal einen Block frei. Setzen uns das hier hin. Und dann würde ich mal sagen, zack. Gleiches Spiel, ne? Das werden wir an den Seiten aber zwei Blöcke gelassen. Und in der Mitte ein. So, wenn wir das haben, würde ich mal sagen, verballern wir gleich mal unsere Baumstämme, damit die endlich mal weg sind. Wir fliegen, würde ich mal sagen, zu unserer Garage hin. Und ich sehe gerade, ich habe mir das ein bisschen falsch markiert. Kann ja mal passieren. Und zwar wollen wir unsere Baumstämme natürlich nach innen setzen, damit das bei uns doch ein bisschen besser wirkt. Und daher einfach in die Garage reinsetzen. Drei Stück setzen wir uns hin. Und meinen Fehler hier, den tausche ich gleich mal aus. Nehme ein bisschen hier was von meinem Boden. Zück, zück, zück. Und wechsle das einfach mal. So, dann wollen wir jetzt anfangen, natürlich unser Dach aufzuzeichnen. Wir fangen erstmal auf der rechten Seite an. Wir schnappen uns dann erstmal unsere glatten Steinstufen. Und platzieren die jetzt, würde ich mal sagen, erstmal hier oben am letzten Block. Einmal komplett ringsherum. Dabei wollen wir uns aber nicht viel lassen. Denn wir machen gleich mit den Steinstufen das bei jedem Dach. Und zwar jetzt hier bei unserem mittleren Teil hier. Setzen wir die einfach nur an den Seiten. Einmal auf der Vorderseite. Oder auf der Rückseite. Und dann nochmal hier auf der Vorderseite. Ne, das ist natürlich klar. Dann fliegen wir nochmal zu unserer Garage. Da setzen wir das nicht auf der Vorderseite. Und obwohl doch, setzen wir ja doch eigentlich ja genau gleich. Ne, einmal auf der Vorderseite. Wieder natürlich hier noch auf der Rückseite. Genau, da setzen wir unsere Steinstufen hin. So, jetzt wollen wir unser Dach natürlich zeichnen. Ich würde sagen, wir fangen ja auch wieder erstmal auf der richten Seite an. Weil das eigentlich sehr flüssig ist. Wir machen das wieder so pyramidenartig. Das heißt, wir beginnen erstmal mit unseren Pupostufen. Also den Osa-Osa-Block. Dann kommen wieder unsere Pupostufen. Block und ganz oben halt die Stufen. Und das machen wir uns halt pyramidenmäßig. Das heißt, wir ziehen das halt hier komplett einmal ringsherum. Das machen wir mal fix. Und wenn wir unser Dach darauf platziert haben, geht es schon hier in die Mitte. Da wollen wir das Dach auch einmal draufsetzen. Eigentlich gleich das Prinzip wie hier. Nur, dass wir es halt nicht so pyramidenartig bauen, sondern ganz normal wie ein Dach. Also wir beginnen erstmal mit unseren Pupostufen. Dann kommt wieder unser Betonblock. Und dann machen wir ja eigentlich immer zu diesem Wechsel. Bis wir hier oben ankommen. Und dann geht es hier eigentlich genauso wieder runter hier mit unseren Stufen und Blöcken. Und wenn wir das dann, sage ich mal, bis zur anderen Seite ziehen, können wir das auch gleich überstehen lassen. Das zeige ich dir auch gleich. Und zwar ganz einfach. Natürlich hier bei unseren Betonblöcken. Dann, klar, setz da einfach einen Block vorne hin. Und bei den Stufen ist es eigentlich auch ganz simpel. Wir setzen natürlich erstmal überall eine Stufe unter. Das macht man hier natürlich auf beiden Seiten. Natürlich jetzt, sage ich mal, hier und da, wo wir die Steinstufen haben, setzt natürlich darunter auch eine Steinstufe. Ist ja klar. Aber an sich hier bei unseren Pupostufen einfach nur eine andere Stufe davon. Und dann wirkt das Dach eigentlich relativ sehr stabil. So, und dann wollen wir natürlich auch einmal rüberziehen zur anderen Seite. Wenn wir dann unser Dach natürlich darauf platziert haben, bis zur anderen Seite. Und auch auf der anderen Seite das einmal überstehen gelassen haben, geht es jetzt natürlich noch mit dem Dach von unserer Garage. Voran, gleiches Prinzip wie das Hauptdach. Einfach hier auf, unter dieser Wechsel von unseren Stufen und Blöcken. Ich empfehle euch einfach mal erst immer eine Blöcke A zu platzieren. Geht immer relativ fix. Und dann wollen wir es natürlich auch nochmal mit der anderen Seite verbinden. Und dann auch hier wieder einmal überstehen lassen. Wenn wir auch dieses Dach dann fertig haben, geht es an unser großes Dach in der Mitte. Und zwar wollen wir da oben noch ein nächstes Stockwerk draufzeichnen. Wir fliegen einfach mal auf der Vorderseite, würde ich mal sagen, hier zu der zweiten Stufenschicht, die wir hier haben. Und zählen wir von der Seite einfach mal, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4 Blöcke ab. Ab dem fünften schlagen wir mal die Stufe weg. Und das machen wir insgesamt, würde ich mal sagen, 4 Mal. Dann schnappen wir unsere weiße Keramik. Und können dann erstmal hier nochmal die Betonreihe davor weghauen. Wir setzen uns jetzt die weiße Keramik mal hier so an die Seiten einfach mal hin. Machen wir auf beiden Seiten. Und setzen die weiße Keramik auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke, würde ich mal sagen. Zack, zack, zack. Und dann können wir erstmal hier das Dach dahinter ein bisschen weghauen. Und zwar nicht komplett, sondern wir reißen es erstmal ein bisschen ein bis zur anderen Seite. Hier bis zur zweiten Stufe. So, hier können wir das dann natürlich auch einmal alles wieder frei hauen. Und wenn wir das dann soweit frei haben, können wir hier auf der Rückseite einfach unsere weißen Keramikblöcke einmal platzieren. Hier machen wir das jetzt, würde ich mal sagen, einfach nur 3 Blöcke hoch. Wir sind ja einen Block ein bisschen tiefer gegangen. Da hätten wir ja 4. Wir können ja einfach mal oben hier die oberste Ebene verbinden, dann seht ihr das ja am besten. So, nächste Aufgabe wäre dann natürlich die Seiten ein bisschen zuzuziehen, damit die Löcher natürlich drin verschwinden. Und wenn wir das dann alles zugezogen haben, können wir hier vorne noch, wo wir es offen haben, einfach oben das hier einmal schließen. Und dann ziehen wir das hier auch noch ein bisschen, sag ich mal, an den Seiten höher, damit wir hier drauf auch noch am Dach platzieren können. An den Seiten lassen wir erstmal wieder einen Block frei. Dann setzen wir uns hier eine Reihe hin. Lassen wir dann an den Seiten zwei Blöcke frei. Und dann sollten wir hier oben drei haben. Und dann lassen wir das so. Dann ist das safe. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. An den Seiten eine Blockreihe jetzt freilassen. Dann zwei Blöcke an den Seiten frei. Und drei oben hin. So, jetzt wollen wir auch gleich hier das da wieder raufzeichnen. Zuerst natürlich wieder unsere glatten Steinstufen. Die können wir wieder vorne und hinten einmal erstmal platzieren. Und dann geht eigentlich wieder dieser Wechsel los mit den Stufen, Block, Stufe, Block. Das kennen wir ja. Hier ganz oben haben wir diesmal aber keine Stufe in der Mitte, sondern einen Block. Ist mal was Neues. Und dann geht es hier eigentlich wieder so runter mit dem gleichen System. Und so, ja, wieder zur anderen Seite ziehen und überstehen lassen. Wenn wir dann das Dach hier auch wieder drauf platziert haben und an den Seiten natürlich überstehen gelassen haben, geht es weiter. Hier, dass wir jetzt mit der Keramik, oder nicht mit der Keramik, sondern mit den Quarztreppen ein bisschen arbeiten. Und zwar wollen wir uns oben einen Balkon ein bisschen basteln. Wir schnappen uns erstmal die Quarztufen. Damit geht es erstmal los. Wir können hier vorne erstmal hier die vier Stufen mal weghauen, die wir hier haben. Und dann würde ich mal sagen, schlagen wir euch hier auch diese weiße Keramik mal weg. Die können wir ruhig weghauen und setzen da einfach mal unsere Quarztufen hin. Ich forme die mal erstmal so ein bisschen zu einem Block. Und dann kann man entscheiden, was man machen möchte. Ob wir jetzt, sag ich mal, hier in drin Keramik setzen oder Quarzblöcke. Ich mache jetzt einfach mal Keramik. Ich weiß nicht warum. Ich mache es einfach mal. So, dann wollen wir noch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Ich würde mal sagen, hier setzen wir insgesamt mal zwei Quarzblockschichten hin. Und da ganz vor setzen wir nochmal eine Quarztreppenreihe ran. Wenn wir das soweit haben, suchen wir uns jetzt natürlich hier die Mitte aus. Wir haben eine Zweiermitte. Dann gehen wir einmal zum Boden ein bisschen weg. Und da platziere ich mir auch nochmal zwei Quarzblöcke hin. Genau zum Boden. Und an den Seiten mache ich mir einfach mal zwei Quarz oder ein paar Quarztreppen ringsherum. Genau, so machen wir das einfach mal. Und dann würde ich einfach mal sagen, weil wir jetzt schon die Quarzsachen haben in der Hand. Dass wir hier hinter einfach mal so insgesamt eine Zweimal Dreierhöhe hier mal frei hauen. Und dann hier auch den Boden einmal austauschen durch. Einfach mal ein paar Quarzblöcke. Weil das wäre dann später schon eine Tür und ich denke mir, die Blöcke, wenn wir die haben, setzen wir die gleich. Obwohl, ich überlege nochmal so, wir tauschen das hier doch nochmal aus. Ich setze hier einfach mal meine Quarzblöcke hin. Mach das einfach mal. Setze hier einfach mal Quarzblöcke hin und Quarzstufen. Wir machen es einfach mal. Und dahinter, da platzieren wir weiße Keramik. So war das. Es geht weiter, dass wir uns erstmal ein paar bolierte Garnitstufen, davon nochmal die Treppen rausholen. Für unser Häuschen empfehle ich dir mal wieder türkises Glas. Es ist einfach meine Lieblingsfarbe, die man eigentlich fast immer nutzen kann für Häuser. Kannst auch gerne natürlich andere Farben nehmen, ist klar. So, dann holen wir so ein bisschen rosa und Keramik. Denn ein paar Eichenholzstufen. Dann geht es weiter mit einem Grasblock. Dann holen wir so ein paar Tropen Baumfaltüren raus. Einen Knopf. Ich empfehle hier mal den Steinknopf. Und dann holen wir so ein bisschen schwarzen Beton. Denn die Fenster wollen wir uns natürlich wieder verkleiden. Man kann auch blauen Beton nehmen. Man kann auch nehmen, was man möchte. Aber ich finde schwarz passt einfach zu diesem Haus. Und daher empfehle ich euch das einfach mal. Dann wollen wir uns erstmal wieder ein bisschen was freihauen. Wir fangen wieder auf der Vorderseite an, unsere ganzen Fenster freizauern. So, hier geht es los. Wir hatten uns ja die Tür schon so ein bisschen freigehauen. Einfach hier auf der linken Seite lassen wir unten zwei Blöcke Platz. Und schlagen uns hier ein zweimal zweig großes Fenster rein. Dann gehen wir mal zur Seite weg. Lassen gleich neben der Tür eine Blockreihe Platz. Und schlagen uns hier vier Blöcke weg. Auch wieder auf eine zweier Höhe. Und unten lassen wir bei jedem Fenster mal zwei Blöcke Platz. Das ist bei jedem Fenster so. Dann gehen wir jetzt weiter hier zu der Seite. Hier wollen wir uns auch nochmal ein viermal zweig großes Fenster ins Reinschlagen. Biegen mal ab zur Seite. Lassen hier auf der Vorderseite drei Blöcke Platz. Und dann würde ich mal sagen, machen wir hier wieder ein zweimal zweig großes Fenster rein. Dass wir hier wieder zwei Blöcke haben. Drehen hier wieder einmal eine Runde. Lassen wieder auf der Vorderseite drei Blöcke Platz. Und schlagen hier wieder zwei, also so ein zweimal zweig großes Fenster rein. Dass wir hier noch ein Blöcke haben. Auf der Rückseite wollen wir uns nochmal zwei Fenster platzieren. Wir lassen an den Seiten einfach mal zwei Blöcke Platz. Schlagen uns drei Blöcke weg. Auch wieder hier auf eine zweier Höhe. Wieder zwei Blöcke Platz lassen. Und wieder so ein dreier Fenster rein. Und sollten perfekt hier auch wieder zwei Blöcke haben. So, hinter unserer Garage wollen wir uns auch noch ein Fenster platzieren. Das heißt, wir lassen an den Seiten einfach mal drei Blöcke Platz. Und schlagen uns hier drei Blöcke weg. Auch wieder hier auf eine zweier Höhe. Und dann sollten wir hier dann auch nochmal drei Blöcke haben. Dann haben wir auch genau die Mitte getroffen. So, jetzt geht es weiter hier oben. Und zwar, bei unserem zweiten Stockwerk wollen wir uns auf der Rückseite mal keinen Balkon bauen. Sondern auch noch ein Fenster. Und ich würde mal sagen, hier machen wir einfach ein zweimal zweig großes Fenster rein. So, jetzt haben wir natürlich alle Fenster auf den Seiten fertig. Jetzt wollen wir uns auch natürlich noch ein bisschen, sag ich mal, verkleiden. Und zwar nehmen wir jetzt mal unsere polierten Granitstufen. Treppen brauchen wir erstmal noch nicht. Wir verwenden erstmal die ganzen Stufen. Und zwar geht es hier los, ganz vorne, dass wir immer über unserem Fenster ein paar Stufen uns platzieren. Das kannst du eigentlich bei jedem Fenster machen, was wir hier so ein bisschen haben. Ich zeige dir natürlich, was du ein bisschen mehr machen musst. Natürlich hier auf der Vorderseite, die Fenster überall können die Stufen ran. Auch an der Seite, wie auf der Rückseite. Aber halt, Rückseite, ich habe hier etwas nicht gemacht. Genau, hinter der Garage machen wir es natürlich einmal unten wie oben, weil das ein bisschen kleineres Fenster ist. Das machen wir da einmal. Und natürlich auch hier oben mein zweites Stockwerk machen wir genau das gleiche wie bei der Garage. Einmal unten und oben setzen wir auch nochmal die Stufen hin. Da würde eigentlich auch nur unten reichen. Mach, machen wir nur unten. So, dann wollen wir natürlich noch auf die Vorderseite gehen. Hier haben wir ja diesen Balkon. Hier haben wir ja ein großes, ja, oben wäre ja auch wie so ein Ausgang. Da würde ich mal sagen, machen wir nur oben uns noch die Stufen hin. Und dann passt das schon. Bevor es jetzt an unsere Glasböcke geht, verbauen wir noch ein bisschen die rosane Keramik. Erstmal benutzen wir sie hier einmal bei unserer Tür. Da können wir sie einmal auf der Innenseite hier einmal komplett reinsetzen. Wer möchte, kann jetzt auch schon den Steinknopf verwenden. Der ist ja extra für die Tür gedacht. Ansonsten gehen wir nochmal zu unserer Garage mit unserer rosanen Keramik. Und setzen die einfach mal hier innen drin nochmal rein. So, sage ich mal, dass sich die Blöcke voneinander ein bisschen abheben. Und ihr seht, ich habe mir das ja immer noch hier ein bisschen falsch markiert. Na, tauschen wir gleich mal aus. So, super. Aber wir sind noch nicht fertig bei der Garage. Wir nehmen uns nochmal unsere Eichenholzstufen und platzieren die oben einfach mal hier an der Kante. Und verbinden einfach mal die Garage. Nächster Schritt wäre jetzt natürlich hier alles einmal mit Glas auszustatten bei unseren Fenstern. Wie immer war ich ziemlich flink und habe die ganzen Fenster schon mal mit Glas ausgestattet. Und du siehst, ich habe auch schon den schwarzen Beton dahinter verwendet. Ich finde, das wirkt immer besser, als wenn man das hohe lässt. Das sieht einfach schöner aus, wenn man sich das Häuschen irgendwo als Dekomäßig in seiner Ortschaft platziert. Ja, jedenfalls statten wir dann natürlich die ganzen Fenster mit Glas aus. Das verkleiden sie auch natürlich hier oben, sage ich mal, machen wir das einfach mal. Und jetzt, wenn wir schon mal gleich hier oben sind, wollen wir uns auch unseren Balkon was sehen. Wir schnappen uns mal unsere polierten Treppen und Stufen. An den Seiten geht es eigentlich los, dass wir erstmal hier zwei umdrehte Treppen machen. Davor unsere Stufen und dann machen wir hier vorne einfach nur noch so zwei umdrehte Treppen, die mit einer Rückseite natürlich nach außen sind. Und dann machen wir nochmal zwei, die sich, sage ich mal, hier Rücken an Rücken in der Mitte treffen. Und dann haben wir hier oben unseren Balkon auch schon fertig. So, jetzt würde ich eigentlich sagen, können wir eigentlich mit den ganzen Blumenkästen beginnen. Weil Olivia hat ganz, ganz viele Blumenkästen an ihren Fenstern dran. Wir nehmen uns natürlich einen Grasblock, setzen den hier einmal vor unser Fenster hin. Können dann einfach hier, zack, unsere Falltür nehmen. Die an den Seiten hier einfach mal überall platzieren. Und dann natürlich auch noch einmal unten machen wir das einfach mal, zack, zack. Und dann haben wir den ersten Blumenkasten fertig. Die sind eigentlich immer gleich aufgebaut. Wir machen den normalen Blumenkasten, sag ich mal, hier auf der Vorderseite bei diesen zwei großen Fenstern hin. Hier an der Seite machen wir jeweils auch nochmal ein. Und auf der Rückseite machen wir es auch nochmal bei drei Fenstern. Natürlich hier einmal bei denen und bei den zwei auf der Rückseite. Bei der Garage brauchen wir es nicht machen. Da pflanzen wir später noch unten Blumen. Du siehst ja, ich habe mir da ein bisschen Rasen noch gesetzt. Und hier oben brauchen wir es eigentlich auch nicht. So gut, jetzt wollen wir noch ein bisschen was für die Deko tun. Wir schnappen uns einfach mal ein paar Blumen raus. Du kannst nehmen, was du möchtest. Ich habe mir einfach so eine kleine Empfehlung mal hier so ein bisschen aufgebaut. Ja, ich würde einfach mal sagen, rote Tulpen kann man leben, Löwenzahn, Rosatulpe und einfach Mohn. Das ist so eine schöne Abwechslung, die man sich hier mal platzieren kann. Ich würde mal sagen, hier auf der Vorderseite machen wir auch nochmal zwei Blümchen. Zack, zack. Na, vielleicht eine rote lieber. So, ja, das sieht doch schön aus. Und dann würde ich mir immer hier so im Wechsel, sag ich mal, hier diese Blümchen einmal platzieren. Bicke wieder zur Seite ab. Naja, man platziert sich die Blümchen, wie man möchte. Ja, jedenfalls noch bei der Garage wollen wir uns auch noch welche setzen. Ja, ich würde mal sagen, hier einfach an der Seite kannst du dir, sag ich mal, so ein bisschen Rasen setzen. So bis zur hinteren Haushälfte. Sollte nicht ein bisschen weitergehen, weil da haben wir ja unsere ganzen Blumenkästen. Und dann beginnst du auch eigentlich hier auf der Vorderseite, dass du dir immer hier so ein bisschen im Wechsel hier, sag ich mal, die Blumen so platzierst. Naja, da kannst du ja auch mehrere Blumenarten nehmen musst, denn ich sag ich mal hier immer nur so ein bisschen hier die gleich nehmen wie ich. Na, du wirst das schon irgendwie machen, wie es dir gefällt. Naja, man pflanzt sich dann halt, sag ich mal, seine Blümchen. Und dann sind wir eigentlich auch schon so gut wie durch, denn wir nehmen uns nochmal ein paar Blumentöpfe raus. Und zwar oben auf unserem Balkon, würde ich mal sagen, setzen wir uns auch nochmal zwei Blümchen hin. Setzen wir einfach mal ein bisschen unsere Tulpen rein. Ja, und wenn wir das denn oben haben, bleibt noch eine Sache. Und zwar neben der Garage ist eigentlich so ein Rosenbusch, wächst da eigentlich raus. Gute Rosenbüsche haben wir zwar, aber die können, sag ich mal, nicht gerade so hoch platziert werden. Die haben nur eine Höhe von zwei Blöcke. Und so richtige andere Ranken fahren gibt es leider nicht. Ich würde euch einfach mal empfehlen, holt euch irgendwie einen Baumstamm raus, platziert den da. Wer hat, kann sich gerne Barriereblöcke holen. Und dann platziert ihr einfach hier ein paar Ranken ran. Und dann passt das eigentlich so, wie man es in den Folgen auch immer sieht. Dass daneben halt, sag ich mal, so ein Busch ist. Es ist zwar mehr so ein Blumenbusch, der da, sag ich mal, hoch wächst. Aber mit Ranken können wir das ja so ein bisschen darstellen. Vielleicht kommen ja noch andere Pflanzenarten. Irgendwann kann man es ja austauschen. Aber erst mal begnügen wir uns einfach mal mit den Ranken. Ich habe mir gerade eben nochmal das Häuschen ein bisschen angeguckt in der Folge. Und ich glaube, wir haben die Garage ein bisschen zu klein gemacht. Falls es dir natürlich gefallen sollte, kannst du es lassen. Aber ich würde sagen, wir machen die Garage ein bisschen größer. Und zwar, ich halte größer mir das Ganze mal auf jeder Seite. So, um eine weitere Reihe. Gut, jetzt müssen wir den halt leider hier, sag ich mal, das hier nochmal weghauen, wie wir das hier haben. Denn wir tauschen das einfach mal ein bisschen aus. Und zwar, dass wir einfach mal unsere Baumstämme natürlich mal an den Seiten hier einmal komplett platzieren. Und dann einfach unsere große Keramik einmal hier, ups, hier hinten drin noch einmal langsetzen. Na gut, jetzt muss ich natürlich den hier auch wieder meinen Boden austauschen. Ich glaube, so wirkt das Ganze doch ein bisschen besser, wenn die Garage etwas größer ist. Genau. Ja, das sieht auch besser aus. Ich hoffe, dass wir mal zufrieden mit dem Endprodukt. Jetzt kann Olivia einziehen. Sie ist happy. Und falls jetzt natürlich wieder auf den Geschmack von Eugen Kakelacken gekommen bist, schau mal in der Videobeschreibung. Da ist der Channel von denen verlinkt. Und dann kannst du dir ein paar gute alte Folgen oder auch ein paar neue Folgen angucken. Die sind ja immer noch aktiv, die Serie. Und von daher bedanke ich mich wie immer für's Zusehen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein. Und tschüss.